Trotz einer super Jugendarbeit und richtig viel Potenzial ist der Verein aufgrund von vielen falschen Entscheidungen in den letzten Jahren, unter anderem einem Investorendeal, richtig abgestürzt und kämpft aktuell ums Überleben. Die Hertha aus Berlin ist eine absolute Traditionsmannschaft, Platz 12 der ewigen Bundesliga-Tabelle. In den Nullerjahren häufig international vertreten, um 2010 herum dann eine Fahrschulmannschaft immer wieder abgestiegen, dann aufgestiegen. Und der Pal Dade, der Vereinslegende, 15 Jahre als Spieler im Klub, dann stabilisiert worden, um 2014 herum und dann sogar 2016, 2017, 2018 immer wieder international auch dabei. Dann der Investor, die Lars Windhorst in den Klub eingestiegen ist, viel frisches Geld reingepumpt hat. Wir kommen später zu dem Transferfenster, in dem über 100 Millionen Euro ausgegeben wurden. Ja, aber dann über Freddy Bobic, Kai Bernstein, der mittlerweile leider verstorben ist, so ein bisschen die Rückentwicklung, die man verhindern wollte. Ja, und dann eben 2023 der siebte Bundesliga-Abstieg. Eigentlich die Hertha ein Verein, der sich komplett auf die Jugend besinnen könnte. Berliner Weg, richtig spannende Talente. Samartic, ein Beispiel nur, der jetzt in Italien spielt. Richtig großes Potenzial mitbringt. Benche Dade, der Sohn von Pal Dade, ein weiterer Kandidat, die man aber häufig, ja, so ein bisschen vom Hof gejagt ist, das falsche Wort, aber nicht so wirklich eingebunden hat. Versucht man jetzt anders zu machen mit Ibo Maser. Die Hertha, definitiv ein spannender Klub und deswegen auf jeden Fall mal Zeit im Deep Dive auf die Berliner zu blicken. Wenn du die letzten Episoden nicht gesehen hast, auch da ging es um Traditionsclubs wie den HSV beispielsweise. Auch die hier abgestürzt in die zweite Liga, dann gerne mal hier reinschauen bei YouTube. Alles hier verlinkt. Nach dem erneuten Abstieg 2023 durfte Pal Dade trotzdem als Trainer bleiben, insgesamt in seiner dritten Amtszeit, die er in Berlin schon durchlebt hat. Ja, der Fußball, den er dann aber hat spielen lassen nach dem Abstieg, der war weniger schön. Neunter Platz war es am Ende im ersten Jahr nach dem Abstieg, also mit dem Aufstieg hatte man gar nichts zu tun. Und 47% Ballbesitz ist eine extrem geringe Rate für ein Team, was sich eigentlich vorgenommen hatte, die zweite Liga schon so ein bisschen zu dominieren und dann auch wieder hoch zu gehen. Wenn man mal auf die Zahlen blickt, das ist wirklich erschreckend. Das Team mit den meisten Ballaktionen im eigenen Drittel und den wenigsten im Angriffstrittel. Also man hat es gar nicht wirklich geschafft, über das Aufbauspiel, was man schon kurz spielen wollte, dann aber ein Übergangsspiel zu kreieren, um dann auch ins letzte Drittel reinzukommen. Dementsprechend kann man sich herausrechnen, die Chancen, die man dann aus diesen wenigen Ballaktionen im letzten Drittel kreiert hat, die waren ja gar nicht wirklich häufig. Nur neun Chancen pro Spiel, auch recht viele davon per Standards. 15 Standard-Tore haben die Hertha am Ende so ein bisschen gerettet, dass es nicht eine noch schlechtere Platzierung war. Ja, richtig gute Flanken, viele Heiz-gegen-eins-Duelle, gerade Fabian Rehse, der natürlich mit einer super Saison letztes Jahr. Und was am Ende so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, dass man eben auch auf dem neunten Platz landen konnte, war vor allem die richtig gute Chancenwertung von Haris Zabakovic, dem man viele Bälle richtig gut vorgelegt hat und der die dann am Ende des Tages auch verwertet hat. Der ist aber natürlich jetzt nicht mehr in Berlin, da kommen wir später auch noch zu, wie das Ganze jetzt aktuell aussieht. Ja, und auch gegen den Ball war das Spiel unter Paldada nicht besonders attraktiv. Eine sehr, sehr tiefe Positionierung, wenig Mut im Anlauf, wenn man sich dann mal getraut hat, den Gegner auch zu pressen. Wenig in die Zweikämpfe reingekommen, kaum Zugriff bekommen und dementsprechend auch häufig überspielt worden. Viele gegnerische Konterangriffe zugelassen, einige Schüsse zugelassen. Ja, und dementsprechend auch 58 Gegentore gefangen, einer der schlechtersten Werte der zweiten Liga letzte Saison. Dementsprechend hat man sich im Sommer zur aktuell laufenden Saison von Paldada auch getrennt, weil eben die Idee mit und auch gegen den Ball eigentlich nicht wirklich ersichtlich war. Neuer Trainer Christian Fjell. Letztes Jahr Zwölfter geworden mit dem ersten FC Nürnberg, ist da nochmal so ein bisschen in den Abstiegskampf auch reingerutscht. Schon ein bisschen überraschend, dass man für ihn auch 400.000 bis 500.000 Euro in die Hand genommen hat. Aber die Ideen von Christian Fjell, gerade mit dem Ball ultra dominant zu spielen, eine hohe Kontrolle über den Gegner auszuüben, trotzdem sehr geradlinig zu spielen und vorne mit hoher Aggressivität ein richtig starkes Pressing aufzubauen. Ja, die haben schon überzeugt und dazu kann er natürlich Talente entwickeln. Can Uzun, Nene Brown in Nürnberg zu Stammspielern greift und dann für viel Geld in die Bundesliga verkauft. Auch wenn beide dort noch nicht so wirklich Fuß gefasst haben, aber trotzdem haben sie dem FCN fast 15 Millionen Euro gebracht. Und das ist natürlich genau der Weg, den auch die Hertha gehen möchte mit den eigenen Talenten, dass man sie nicht früh für wenig Geld verkauft, sondern gerne ein bisschen später und dann natürlich auch für richtig Asche. Bevor wir aber über den Kader und auch über die Spielweise jetzt unter Christian Fjell sprechen, gerne schon mal ein Like hier auf das Video dalassen, natürlich auch ein Abo bei der Wettbasis, die Glocke anmachen. Müssen wir aber auch über die Transfers sprechen. In den letzten drei Saisons insgesamt Spieler aus 19 verschiedenen Ländern verpflichtet. Ich spreche jetzt nicht über Nationalitäten, sondern über verschiedene Ligen. Das ist ein unglaublicher Wert, ist einer der höchsten Werte in ganz Deutschland, bei allen Teams. Ist ein Wert, den siehst du eigentlich auch kaum bei Teams, die in der zweiten Liga spielen, dass da so international agiert wird. Davor natürlich in den Saisons häufig sehr, sehr hohe Ausgaben, vor allem der Sommer 2019. Der war ganz brutal. Da hat man 111 Millionen Euro ausgegeben, unter anderem für Aska Sieber, auch ein Lukas Toussaint, der viel gekostet hat, Christoph Piontek für 24 Millionen geholt. Also Spieler, auch ein Dodi-Luki-Bakio, die gar nicht so wirklich eingeschlagen haben, die aber richtig viel Geld gekostet haben, mit denen man häufig dann auch ein ordentliches Transferminus gemacht hat. Dementsprechend ja die Kasse der Hertha, die sieht nicht besonders gut aus. Stadion gehört ja auch nicht den Berlinern und ist auch häufig nicht ausverkauft. Also finanziell schon durchaus problematisch. Deswegen muss man jetzt auch in diesem Sommer den Gürtel deutlich enger schnallen. Man hat zwar ganz gut Geld auch eingenommen, mit eben den Verkäufen von Tabakowitsch. Auch ein Kämpfter gegangen ist, die wirklich wehgetan haben, die zwei Abgänge. Dazu Suat Serdar, der in Italien geblieben ist nach seiner Laie. Aber von diesen knapp 10 Millionen, die man eingenommen hat, konnte man nur eine halbe Million wieder investieren. Und dementsprechend ja der Fokus auf die eigene Jugend mit eben einem Trainer, der auf diese Jugend setzt. Ganz, ganz elementar, um die Berliner auch wieder langfristig in die Bundesliga und vielleicht sogar wieder ins internationale Geschäft zu führen. Ja und mit dem Einsatz der Jugend, da beginnt man direkt im Tor. Marius Gersbeck, der eigentlich jetzt Nummer 1 geholt wurde im Sommer 2023, war dann lange suspendiert. Vorfall im Trainingslager, ihr werdet jetzt alle mitbekommen haben. Tiag Ernst hat sich dann festgespielt, kommt aus der eigenen Jugend, ist ein richtig guter Fußballer. Passt also zur Idee von Christian Fehl, von hinten flach aufzubauen. Und dazu auf der Linie richtig gut, 70% Safequote in der laufenden Saison. Hat alle Spiele gemacht, in der Luft ein paar Probleme. Auch immer mal wieder Probleme, wenn es darum geht, die Linie zu verlassen, ins 1 gegen 1 mit einem Stimmer zu kommen. Aber trotzdem auf der Linie, Torverteidigung richtig stark. Und wird auf jeden Fall die Saison auch als Nummer 1 bestreiten. In der Innenverteidigung, da hat man sich ein Alt-Jung-Duo zusammengebaut. Eigentlich war der ja mit Marc-Oliver Kempf geplant, der wurde aber eben noch nach Komo verkauft. Mit Sean Anthony Brooks dann noch ein erfahrener Innenverteidiger dazugekommen. Und so hat man immer die Komponente Brooks oder Leistner. Einer von beiden, der spielt eigentlich immer. Brooks gerade noch verletzt, dementsprechend Leistner auch gerade gesetzt. Ist ein sehr wuchtiger Innenverteidiger-Typ, den man damit hat mit den beiden Spielern. Die sind beide mit dem Fuß nicht so gut halten. Der spielt schon recht einfach. Verlagern dementsprechend häufig auf den linken Innenverteidiger-Part, was oft Martin Dardai spielt. Der letztes Jahr schon ein paar Probleme gehabt, auch in der Zweikampfführung. Die hat er immer noch so ein bisschen auch in der Luft nicht ganz so stark. Aber extrem schnell und vor allem sehr, sehr gut im Passspiel. Kann Linien brechen, kann sehr gut vertikal spielen. Und das macht man sich ganz stark zunutze, um eben Dämme zu finden, Cuisants zu finden, Maser zu finden, die im Halbraum dann die Bälle abholen wollen. Um da eben schnell dann auch Vertikalität ins Spiel reinzubekommen. Auf den beiden Außenverteidiger-Positionen, da ist vor allem John Joe Kenny auf der rechten Seite gesetzt. Ist ein klassischer Außenverteidiger, defensiv extrem gut. Rückt gar nicht so oft mit nach vorne auf. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn man auf der linken Seite dann mit Devaizu Cefuic spielen kann. Ist ein sehr offensiv freudiger Außenverteidiger. Technisch stark, richtig robust, verliert kaum den Ball. Der kann mit aufrücken und dann eben diese linke Seite, die man ganz gerne bespielt. Gerade, wenn Fabian Resi irgendwann wieder fit ist. Und da überlagern, den Gegner hier wirklich auch ausspielen. Und das macht Sinn, dass man dann eben in so eine Art Dreierkette defensiv auch rein switchen kann. Im zentralen Mittelfeld, da ist man ja wahrscheinlich so gut besetzt wie kein anderes Team in der zweiten Liga. Gerade, wenn man sieht, dass ein Clemens, Sessa und auch Karbovnik aktuell eigentlich keine richtige Chance auf die erste Elf haben. Defensiv auf der Sechs Diego Demme gesetzt. Christian Fehl hat in Nürnberg immer wieder bemängelt, dass er keinen spielstarken Sechser hat. Den hat er jetzt mit Diego Demme bekommen. Der hat in der Apel sehr wenig gespielt. Diese wenige Spielpraxis, die sieht man aktuell auch noch so ein bisschen, ist noch nicht in der Form, wie man sich einen Diego Demme auch vorstellt. Aber natürlich trotzdem sehr zweikampfstark, sehr laufstark auf der Sechs. Macht da ganz viele Räume zu und kann das Spiel natürlich total an sich reißen. Will häufig den Ball haben, fordert ihn immer wieder, bewegt sich da in offene Räume, um angespielt zu werden. Und kann da eben vertikal verteilen. Das kann er wirklich richtig gut. Ihn muss man ja so ein bisschen in Form bringen. Da hat man da mit Sicherheit den besten Sechser der gesamten Liga. Davor Michael Cuisos. Der hat einige Stationen schon durch. Venezia wollte ihn nicht verpflichten. Dann so der Schritt zurück nach Osnabrück. Da hat es so ein bisschen Klick gemacht bei ihm. Der Charakter ist schon so ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr dieser Spieler, der sich über den anderen sieht, sondern jemand, der sich vor allem auch fürs Team aufopfert. Er hat in einigen Gesprächen jetzt auch festgestellt, dass Cuisos sich wirklich unterordnet und auch vor allem fürs Teamspielen, weil das sieht man ganz stark im Laufspiel, bietet sich ganz, ganz oft an und versucht immer wieder so auf der Zehn oder auf der Acht einfach dieser Übergangsspieler zu sein, den man letztes Jahr bei der Hertha nicht hatte. Und da eben durch viel Vertikalität Raumgewinn zu erzeugen, um dann eben die Offensive schnell auch ins Spiel zu bringen und das Spiel im Mitteldrittel und auch dann im Angriffsrittel zu dominieren. Last but not least, Ibo Massa kann eine Offensive Acht spielen, kann auf der Zehn spielen. Alleine auch mit Cuisos eben zusammen ist ein Spieler, der sich in den Halbräumen vor allem aufhält. Gerade die linke Seite da eben mit Zifuik. Vielleicht auch mit Reza, wenn er dann wieder fit ist. Und natürlich auch mit Maton Dada, der ihn immer wieder dann anspielt, eben in der Schnittstelle. Da bietet er sich extrem gut an. Hat ein richtig gutes Gespür für Tempo, für den Raum. Kann das Spiel hier auch kontrollieren wie Cuisos und hat dazu natürlich eine super Qualität am Ball. Technisch, Ballkontrolle überragend, kann den Ball tragen, kann den Ball schleppen. Und das Auge für den finalen Pass, also für den Mitspieler, der zum Beispiel in die Schnittstelle läuft, ist überragend. Also Ibo Massa, der sich jetzt ja für die algerische Nationalmannschaft statt der Deutschen entschieden hat. Absolutes Supertalent. Nächsten Sommer mit Sicherheit ein großer Wechsel für ihn, der da möglich ist. Auf den Außenpositionen, da hat man so ein bisschen die Qual der Wahl aktuell. Martin Winkler, der spielt meist über rechts, ist wahrscheinlich das größte Talent. Sehr dribbelstark, sehr zweikampfstark, wenn es darum geht, den Gegner auch abzuschütteln im 1 gegen 1. Und dazu natürlich auch sehr schnell. Anschlussaktionen bei ihm, teils noch so ein bisschen ein Problem. Gleiches wie auch bei Derry Scherhand, der kommt aktuell über die linke Seite. Dazu Thorstein Zorn, richtig gute Saison gehabt in Belgien. Dementsprechend jetzt auch zu Hertha gewechselt. Und natürlich mit Palco Dardai noch ein weiteres Talent, kann man nicht mehr richtig sagen, bei einem weiteren Spieler in der Hinterhand, der auf jeden Fall auch Qualität mitbringt. Aber natürlich geht nichts über Fabian Rehse. Aktuell verletzt, Sprunggelenk ist bei ihm lädiert. Soll aber jetzt im Oktober irgendwann auch wiederkommen. Ganz wichtig für die Hertha, nochmal so einen richtigen Unterschiedsspieler dazu zu bekommen. Er hat extrem viele Flanken, extrem viele 1 gegen 1 Duelle und extrem viele Abschlüsse. Alles mit hoher Qualität. Letztes Jahr 8 Tore, 10 Vorlagen. Ja, auf ihn wartet die Hertha definitiv, nachdem er jetzt im Sommer ja nicht gewechselt ist. Ja, in der Sturmspitze, da tut natürlich der Abgang von Haris Tabakovic extrem weh. Am Ende des Transferfensters gegangen, dementsprechend auch nicht mehr richtig ersetzt worden, weil man auch schon 3 Stürmer im Kader hat. Preveliak und Niederlechner spielen aktuell nicht so eine große Rolle. Lukas Schuler, der ist gesetzt, weil er sehr gut anläuft mit einer guten Intensität, ist aber vor allem mit seinem Spiel im Ballbesitz nicht so gut geeignet für die Hertha, weil er gerne Tiefe sucht, gerne mit Tempo eben hinter die Kette läuft, was mit viel Ballbesitz natürlich nicht so gut möglich ist. Dementsprechend, ja, Schuler jetzt auch kein Stürmer, der dir irgendwie 10 bis 15 Zweitligatoren macht, aber trotzdem auf jeden Fall eine solide Option in der Spitze. Dominanz, Spielkontrolle und ein hohes Pressing, das sind die Themen, die Christian Fehl vor allem vorgegeben hat, die er sehen möchte. Wir schauen uns mal an, wie das in den ersten 6 Spielen funktioniert hat bisher. Und wir sehen 58% Ballbesitz für die Hertha, der höchste Wert der gesamten Liga. Die wenigsten Baller zu einem eigenen Drittel, dafür die meisten im Mitteldrittel und die meisten im Angriffsdrittel, was schon aufzeigt, dass vor allem der flache Aufbau deutlich besser funktioniert als unter Pal Dardai. Man erzwingt die Vertikalität trotzdem nicht, sondern versucht es dann eben, wenn es die Möglichkeit gibt, vor allem über Marta und Dardai vertikal zu spielen, Linien des Gegners zu brechen. Das funktioniert wirklich extrem gut, weil man eben vor allem im Zentrum drei Spieler hat, die sehr, sehr ballsicher sind, die man auch unter Gegnerdruck problemlos anspielen kann. Wenn es dann darum geht, in die Offensive reinzukommen, sind es vor allem kurze Ballstafetten, die man immer wieder hat, aber sehr, sehr wenige Ballverluste, weil die Passqualität einfach deutlich gestiegen ist. Man schafft es immer wieder, gerade auf den Seiten, auf den Flügelpositionen, Dreiecke, teils auch Vierecke zu bilden, wo man die Gegner wirklich mit einem One-Touch-Fußball fast schon ausspielt, was wirklich extrem gut funktioniert, um dann eben auf diese Positionen, auf diese Seiten neben der Box zu kommen, wo dann die meisten Flanken der Liga geschlagen werden und die meisten Eins-gegen-Eins-Seller der Liga eingegangen werden. Also man sieht schon gerade die Flügelspieler und auch die Außenverteidiger, Cefuic hier, auf jeden Fall zu nennen, die haben einen sehr, sehr großen Impact, wenn es darum geht, vorne dann eben auch Chancen zu kreieren. Also da ist die Hertha deutlich stärker, kreieren auch mehr Chancen als letzte Saison, auch mehr Chancen aus dem Spiel. Aber ja, die Chancen, die man kreiert, sind nicht so besonders gut, weil trotz einer hohen Boxbesetzung von mindestens drei bis vier Spielern, schafft man es nicht so wirklich, die Stürmer vorne drin auch frei zu bekommen, weil die Gegner natürlich ein bisschen tiefer stehen und die Box auch ganz gut besetzen, plus natürlich die Chancenerwertung von Tabakowitsch letztes Jahr, ja, die kann man nicht so wirklich einfangen mit einem Schuler vorne drin beispielsweise, also Chancenerwertung klar gesunken, weil aber auch die Chancen, die man kreiert, nicht so hochwertig sind, wie es letztes Jahr der Fall war, weil die Gegner die Box natürlich gut wegverteidigen. Im Spiel gegen den Ball funktioniert das Pressing schon wirklich ganz gut, ist vor allem ein 3-2-3-2 im Pressing, also vorne zwei Spieler, die anlaufen, eine Dreierkette, dahinter wieder zwei Spiele, die zentral absichern und eine Dreierkette, die defensiv steht, was total Sinn macht. Die meisten Teams pressen mit drei Ebenen, also zum Beispiel in einem 4-3-3. Die Hertha sagt sich, wir wollen aber vier Ebenen aufbauen, die vor allem zentral deutlich schwerer zu überspielen sind. Das war letztes Jahr ein großes Problem der Hertha, dass man häufig überspielt wurde, die Gegner dann häufig ins eigene Drittel reingekommen sind und dann eben auch viele Schüsse abfeuern konnten. Funktioniert aktuell nicht wirklich, weil die Intensität, die Kompaktheit, auch die Laufbereitschaft der Hertha deutlich besser ist in der aktuellen Saison, wie es letztes Jahr noch der Fall war. Man lässt eigentlich kaum wirklich gute Chancen und Schüsse des Gegners zu, aber man kann gerade im Angriffspressing noch so ein bisschen effizienter werden. Da hat man auch Spieler wie Scherhahn zum Beispiel mit Winkler, die müssen im Pressing einfach noch ein bisschen stärker werden, noch ein bisschen cleverer anlaufen, aber die Hertha auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, grundsätzlich können wir sagen, die Hertha hat sich mit Ball deutlich verbessert, sind deutlich dominanter in ihrem Auftreten, kreieren vorne immer noch wirklich gute Chancen, aber eben Chancenverwaltung, die so ein bisschen sinkt, was aber ganz klar war durch den Tabakowitschabgang gegen den Ball auch deutlich verbessert. Also, die Neuzugänge, die eigentlich fehlen, die teuren, die die Hertha besser machen könnten, die gab es gar nicht, trotzdem die Hertha deutlich besser als in der letzten Saison, weil man eben einen Trainer hat, der ein klares Konzept mitbringt, der eine klare Idee mitbringt und vor allem auch eine Ansprache. Er ist ein sehr, sehr mentalitätsstarker Trainer, sehr emotional, wenn er eben vor der Mannschaft steht und das hilft der Hertha extrem weiter. Plus, die eigenen Talente, die bekommen viel Spielzeit, können entwickelt werden. Ja, und die Hertha spielt dazu noch einen wirklich guten Fußball, der sie vielleicht sogar hier Richtung Aufstiegsringe bringen kann. Also, alles in allem zusammengefasst, sehr positive Entwicklung unter Christian Fehl in den ersten Spielen. Schreib uns gerne mal in die Kommentare, siehst du die Hertha, die ist ja als Aufstiegsaspirant oder vielleicht sogar ein bisschen tiefer, weil sie einbrechen im Laufe der Saison, weil Christian Fehl auch in Nürnberg ein bisschen eingebrochen ist. Würde mich sehr, sehr interessieren. Wie immer, Like da lassen, Abo da lassen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao!